Wollen die mich eigentlich verarschen hier? Konnichiwa meine lieben Ninjas und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Move or Die zusammen mit MG muss mit Guten Tag! Und wir haben hier zwei andere Randoms drin Das sind keine Bots diesmal sonst haben wir öfter mal Bots da drin aber diesmal nicht Shifty ground was ist das? Kenn ich nicht Ich auch nicht Mal gucken Werden wir dann schon sehen Hoffe ich jetzt mal Jumpshot Jumpshot erstmal Alle 60 Spielframes vergeht eine Sekunde in Echtzeit Nice Alter werde ich weg geholt Ich glaub er stirbt er Ich glaub er stirbt er Ich glaub er stirbt er Nice Hab ich gesagt weil er genau davor noch kurz gehüpft ist Da wusste ich's Na ja da ist er selber schuld Ja Schnell lauf Das ist ja dein Ding ne? Komm drauf an welcher Ne ist nicht meiner Das ist Neue Das ist meiner oder? Ich weiß das nicht Ich bleib direkt mal um Fuck Nein Warum bin ich tot? Ach da war Oh nein Das hab ich gar nicht gesehen Shifty ground Das haben wir noch nie gespielt glaub ich Go towards the safe spots and avoid the flashing deadly ground Okay haben wir noch nie gespielt Okay Woah Ich hab gewonnen nice Ich wollte grad springen in den Moment Ja passiert Da kommt die Putschlampe wieder in dir durch Hoffentlich hoffentlich Ah Ready Go 5 4 3 2 1 Nein Du locker Nur Zweiter Geisterschreck okay Geisterschreck okay Das wissen wir ja auch noch wie's geht Ja auch wenn's natürlich Hoffen wir mal Ready Go Wenn man ein bisschen tricky ist Ah Einen hab ich Fuck Du hast kurz angehalten du Depp Ah hier wir sind nur noch zu dritt Einer ist raus Einer ist raus Der pinke Charakter hat ein weiches schleimiges Zentrum Hahaha Hahaha Haha 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 Ja Hört sich doch so an Wollen die mich eigentlich verarschen hier? 4 3 2 1 Ja grün so kriegst du nix Yes So So Gelb gewinnt Rückschlag Okay Ich erkläre dir mal das Rückschlag Prinzip Das funktioniert ganz einfach mit Viereck blasen wir uns auf und dann haue ich dir eine rein Pfff Er übertreibt halt direkt Er übertreibt halt direkt Doch Oder Oh was mach ich? Sterben Der stirbt auch MG gewinnt das Komm irgendwie unverdient Hahaha 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 5 4 3 2 Hahaha Da hab ich mich zu wenig bewegt Aber gewonnen Von daher alles easy Aber relativ weit gekommen Fallene Blöcke Der gelbe Charakter schmeckt nicht nach Zitrone Ready Das ist aber schade Hahaha Er sprengt genau der Hahaha Nice Hahaha Ja ich hab's gesehen Hahaha Putz rein Ja wenn dann helfe ich dir schon Hahaha Da Gewinnt wieder die Putschlampe oder nicht Ach die Map Oh come on Die ist irgendwo kacke 5 4 3 2 1 Noch ein gelb Oh come on Yes Bam Er übertreibt halt der Z-Amiga Da macht er die 5 Abrausch Da ist mir vorhin grün einfach hinterher gelaufen Spassi Was grün Ja Weil ich dir ein bisschen was genommen hab Ja Wenn du mir nachläufst Wo 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 Nein Kannst du ab Ja Lauf Speedrun Welche Ich glaub die gute aber Sagt halt trotzdem leider noch nix Sagt halt trotzdem leider noch nix Nein Ach komm du Pisserer Bam Direkt ausgenutzt Direkt ausgenutzt Direkt ausgenutzt Instant Fallende Blöcke Nice der gibt selber auf Ja Nein Yes Come on Da führt er Bohnenlos Das ist normal dein Ding He Das gewinnst du Nee Das nicht Doch doch Ready Go Nein Ohohohohohoho Mit Ankündigung Da sind meine Tricks zu geil heute Hutjagd Ready Come on Haha Ich hab halt angetäuscht erstmal Nein Ich wollte drüber hüpfen Ja Jetzt rennt er weg Jetzt rennt er davon Wenigstens zweiter Haha Das Ah Wieder fünf Punkte Yes Ich war noch nie so lange vor Haha Fabrausch Liesst er sich das jedes Mal durch oder wieso dauert das so lange Ich weiß es nicht Five Four Three Two One Ja Ah come on Bam Aber zweiter Aber zweiter zumindest Geister schreck Habe ich zuletzt beide gewonnen Entgegen den Neufeln ja schon wieder Zitrone Ready Du Lacker Ich hab deine Staubwolke gesehen Junge Come on Ja Was heißt hier Lacker wenn ich die Staubwolke seh Nacker halt ne Das was es halt heißt Nacker Glücklich Wem willst du eigentlich treffen Dich 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 Da trefft er noch Come on Ich hab dir den Move geübt Come on Watt spür mal jetzt Shifty Ground okay Nee Hier ist wieder ein Vierter dazu gescheunt Ja ich sehs Nass Der Pisser Hüpft doch Der ist von dir engagiert oder? Ja ja Alle Alle sind von mir engagiert Puzdrup Achso kommt man da hoch 5 4 3 2 1 Ja Nein er gewinnts Bam Aber ich werde 2 da schnell auf Speedrun Ah dann läufts komischerweise heute für mich ne Ja irgendwie Wirklich komisch Ready Go Haha Nein was mach ich Ah fuck Ja der hat's Ja Ja ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal Farbrausch Jetzt mal so ein MG mit 0 Punkten Das wär mal gut 5 4 3 2 1 Was Ich war doch klar vorne Ich war doch klar vorne Bam Junge Halt's ab Ich war klar vorne Ich fordere Nachzählung Haha Zähl doch nach Ready Go Du hast ja das Bildmaterial ne Nein Yes Und dann lockt MG sich hier weg 85 Punkte Shifty Ground Shifty Ground Schönes Spielchen ne Wär mal schön wenn wir das auch hätten Vielleicht kriegen wir's ja nachher Wenn wir da wär Ja wär cool Ich warte nur auf deinen Jump Haha Fuck Haha So Fuck Geister Schreck So Jetzt Läuft ja Ach komm Bam Junge Wir waren die ganze Zeit oben hab gewartet Und dann Genau im perfekten Moment Bam In your face Direkt so ne Backpfeife gegeben Ja alles geht auf mich ist klar Haha Du bist erster gerade was willst du verlangen Putzdruck Cleanup Crew Cleanup Crew Wie sehr halt hier Hahaha Ready Go 5 4 3 2 Ich gewinn auf keinen Fall Ah Lila gewinnt Ich werd Zweiter Yes Man Farbrausch 5 4 3 2 1 Lass mich doch hier durch Come on Ach komm Ja einmal ein zweiter Man Spurlos Das ist dein Spiel Ne deins Ne ne deins Ne ne deins Ich hab's Ich hab's gewonnen Du Lacka Was heißt hier Lacka Lacka Ich bin sogar noch Nein Nein Er gewinnt echt Nein Ja er geht auf Hup War er weiter Er war weiter Nein Hup 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 Gerade so Alter Schilde Jetzt alle auf MG Oh nein Oh nein Er gefällt Sieger Ich hab mal gewonnen Das gibt's Ronny freigeschalten Geiles Ding Geiles Ding